Hallo und da sind wir auch schon wieder in Dragonwalk Xenoverse 2, hihi. So, was muss ich denn jetzt noch machen? Och nein, da hab ich ja noch. Ach komm, machen wir das. Geht ja schnell. Wo ist Freeza? Freeza! Ah, ist lila, also denk ich mal. Müsste das Freeza's Ort sein. Genau, Freeza's Orbiter. Ah, mit dem hab ich glaub da nicht so viele Visionen, oder? Also mit dem Saiyajin müsste es doch früher fettig sein hier, oder? Dann müsste es noch ein paar Trainingseinheiten geben und dann war's das, oder? Gibt's hier groben Freeza trotzdem. Oh, drei Zuschauer? Ernsthaft? Schon? Das ging aber schnell. Hahahaha. Was ist das, hab ich noch? Blablablabla. Kennen wir schon. Zumindest ich. Okay. Freeza in den Arsch treten. Mach ich doch gern. Okay, Freeza. Komm hier. Wow. Zeit für meinen Super Saiyajin! Komm her! Daneben, Freezer-like! Tschüss, Freezer! War nett, dich krank zu haben. Eigentlich nicht, aber okay. Warum nicht, ne? Alter, wie viele Erfahrungspunkte! So, beim Oberältesten ist was. Ach, beim Oberältesten. Da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Jetzt bin ich wirklich im Kreis gelaufen. Ach, je. Ach, je. So, ja. Ich ziehe mal, sonst meine Items abholen. Das ist wichtig, denn ich will die Trophäe dafür haben. Boah, bei mir ist es ein bisschen zu laut abgebrochen. Ist das noch 5? Lautstärke 5? Ernsthaft? Mein Fernseher ist auf 5 gestellt. Ne, ich guck mal, ob die lautstärkliche... Oh, die sind ja alle da. Oh, die haben auch alle Items. Ähm, okay. Ähm, Spieleinstellung? Na, ist eigentlich so okay. Das ist immer noch so laut. Ups, Kleidung? Wow. Dann gehst du nochmal weg. Ich hab genug Wasser gekauft für sowas. Von dem krieg ich nur sowas. Was ist jetzt jetzt? Der Typ! Diese Stimme! So. Hi! Hi! Weg mit dir. Ist das so für mich? Na, die Kapsel M. Wunderbar. Hallo! Hallo! Bleib hier! Ich will dir was zu trinken geben. Piccolos Kleidung. Piccolos Kleidung. Yo! Ich denke mal, ich werde auch für meine Charaktere auch ein bisschen Cosplay Outfits geben. Ich kann Ihnen nicht zu spüren. Ey, das war froh. Ich werde mal für meine Charaktere auch ein bisschen Aufmerksamkeit geben. So. Also passiert das jetzt. Besuchst du jetzt? Besuchst du? Wo bist du hier? Besuchst du immer wieder? Besuchst du dir? Ach stimmt, Zednest. Wir wollen ja die Story weiterspielen. Aber wenn jetzt eine Anime-Szene kommt, die wird dann bestimmt wahrscheinlich wieder für den Stream schwarz. Aber jetzt kommt natürlich die Zell-Saga dran. Hm, ganz gleich wie viele Korrekturen wir vornehmen, die Veränderungen an der Geschichte bestehen weiterhin. Sag mal, hast du zufällig Trunks gesehen? Ich kann ihn nirgends finden. Hm, willst du zur Zeitkammer, um dir die Veränderungen an der Geschichte anzusehen, oder willst du lieber nach Trunks suchen? Ah. Dann suchen wir mal nach Trunks. Ich frage mich, wo er steckt. Ich sollte wohl besser nach ihm suchen. Gohan? Du bist noch nicht in der Geschichte? We'll fix that soon enough. Kill him. Full power. Gohan! No, es kann nicht sein. Gohan, Gohan! Gohan! Oh, es ist du, oder? Ah, this scroll, right here, it holds the history where I came from. In it, everyone was wiped out by 17 and 18, even Gohan, who was the last to go. If Mom hadn't built that time machine, then I, and everyone else in the world, would be. I can't say that I approve of building a machine that can fiddle around with history. Yeah. Oh, well. No sense in crying over spilled milk, I always say. No, not this history, too. We need to act fast. Trunks. Yeah. You understand, right? I do. Then, good luck. Yo. 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 Okay, der hat hier nichts verloren, der Typ. Sie sind stärker als die anderen. Ich mache das, was ich kann. Du musst aus hier rauskommen. Hurry! Ich werde zerstören, jemand interfert mit meinem Plan. 16. Das ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Du musst es pretend. Das ist für mich. Und für mich auch. Du bist wirklich stark. Dankeschön. Ich wusste nicht, dass es einen gewählten Krieg gibt. Nein, aber es könnte nicht sein. Es gab. Ich würde dich nicht erkennen. Es ist ziemlich strange, dass es ein Sein herum gibt. Das ist verrückt. Ich wusste nicht, dass wir noch mehr sind. Wo ist es? Mit was? Mira? So, Johan. You're just full of hidden particles, aren't you? So much power. Fine fuel to further my evolution. Fast man, Mira! But, there's no way he's strong enough to beat Mira. And after that fight, we're angloids at sea. The two of you together still don't have a chance. Why is this guy? How is he so strong? You, I'll put you out of your misery very soon. Let me show you who owns the title of. I'm going to show you who owns the title of. I'm going to show you who owns the title of. What are you doing, Trunks? What are you doing, Trunks? Mira is here a complete copy of the vielen Kriegern, I think. I feel. You're not going to get your way to death, Mira. Ah. Trunks. Trunks. What are you doing here? I thought you... But that can't be. Wait a minute. You... What are you doing, Trunks? Listen to me, you know you can't do this. I'm sorry, but... I just can't abandon Gohan like this. You can be so stubborn. Kann es sein, dass wir hier die Zukunft verändern? Das war zwar unnötig, aber ich wollte es machen. Was? If that's your limit, you have left... Why can't I beat you? Even against three of you. I am far stronger. I must be. I won't let you kill Gohan! Trunks. You came from the future, didn't you? So Bulma was able to finish her time machine. I'm really proud of you, Trunks. Thanks! Right. It's not the time for this. Seventeen and Eighteen are attacking the city. You're right. And this time, Gohan. Gohan! I'll go with you to fight! This time! This time! I won't hold you back! What are you saying? You know you're not allowed to do that, Trunks! If you help out Gohan here, you'll change the course of history! I... I know! But I... Trunks? Please, you have to stop Trunks! Trunks... Is there something you want to tell me? Is there something you want to tell me? I... If you're here... All grown up... Then the future is safe, isn't it? And so... This fight has a real purpose. That's enough for me. No! You can't! Gohan! Trunks... It looks like you've made a good friend. You can't abandon a good friend, can you? It was really good to see you, Trunks. Gohan! 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 You did well today! That was... A heavier bit of history for him than I'd realized. I was careless. But... I didn't think he'd just take off like that. If he'd actually gone through with the whole thing... Well... It would be one more mess to clean up. And... I'm glad you were there. Thank you. I think Trunks could really use a break after this one. I'll keep an eye on the scrolls for a little while. I'm afraid... You'll have to do the work of two for a while. Sorry about that.